Herzlich Willkommen zur MBS FileMaker Plugin Präsentation. Mein Name ist Christian Schmitz und ich bin der Hauptentwickler hinter dem Plugin. Heute möchte ich euch ein Update geben, was sich in dem Plugin so im letzten Jahr getan hat. Und wir haben da etwa 300 neue Funktionen und natürlich viele kleine Verbesserungen hier und da. Das MBS Plugin gibt es seit 2006, also inzwischen 16 Jahre. Es hat 6700 Funktionen aktuell, wobei sich die Zahl natürlich jeden Tag ein bisschen ändern kann. Das Plugin kommt mit 600 Beispieldatenbanken und da könnt ihr viele Sachen direkt ausprobieren und Skripte kopieren, Berechnungen kopieren, euch anschauen wie das geht. Das MBS Plugin wird als eine Plugin Datei ausgeliefert und nur was man benutzt wird auch geladen und ist aktiv. Das Plugin ist einfach zu installieren und aktualisieren, weil es eben nur eine Plugin Datei ist und nicht aufgeteilt ist in 20. Und man kann mit dem Install Plugin Script Step das Plugin automatisch installieren. Da haben wir auch eine Beispiel-Datenbank, die heißt Install Plugin Update If Needed, die dann zeigt, wie man per Skript das Plugin aktualisiert oder halt zur erstweiligen Verwendung installiert. Wir haben auch auf der Webseite Firme dazu, falls jemand sich dafür interessiert. Wir unterstützen viele FileMaker-Versionen und zwar aktuell die 19.2 seit der 11.1, die 19.3 seit der 11.2, die 19.4 seit der 11.5. Und natürlich kommt dieses Jahr bestimmt auch noch ein FileMaker-Update und das ist dann in den aktuellen 12er-Plugins auch dabei. Für jede neue FileMaker-Version müssen wir ein paar kleine Anpassungen machen und wir testen deswegen schon immer die Beta-Version und bitte nicht irgendwelche alten Plugins nehmen, die dann vielleicht nicht klappen. Grundsätzlich unterstützen wir FileMaker 7 und Neuer unter Windows und FileMaker 8.5 oder Neuer unter MacOS. Und ältere Versionen vom Plugin haben wir natürlich auf der Webseite auch noch zum Download, aber ihr könnt auch die aktuelle Plugin-Version eben für einen uralten FileMaker nehmen, wenn ihr da noch was machen müsst. Das MBS-Plugin kann man verwenden unter FileMaker Pro auf dem Desktop, Mac oder Windows, FileMaker Server. Da kann man das Plugin benutzen für Skript auf Server ausführen, für Scheduled Skripts, also Sachen, die nach Zeit arbeiten und natürlich für Web direkt. Das Ganze läuft unter MacOS, Windows und Linux und seit FileMaker 19.3 kann man das Plugin auch mit der Data-API verwenden. Dann kann man das Plugin unter iOS verwenden mit dem FileMaker iOS-SDK. Damit baut man sich mit Xcode eine eigene iOS-App, wo man das Plugin einbetten kann und dann kann man die Plugin-Funktion lokal auf dem iOS-Gerät verwenden in der App. Wer FileMaker Go verwendet, der muss bitte mit Perform-Script auf Server die Skripte auf dem Server anträgern und dort dann die Berechnung mit dem Plugin durchführen. Das MBS-Plugin läuft nicht in der FileMaker Cloud von Claris, weil dort das Installieren von Plugins auf dem Server nicht erlaubt ist. Man muss also dann das Plugin auf FileMaker Pro verwenden. Wenn man eine andere Cloud nimmt, um seine FileMaker Server zu hosten, dann kann man natürlich das Plugin da installieren. Wir haben ein schönes Beispiel für Barcodes, wo die Barcodes entweder lokal erstellt werden, wenn das Plugin vorhanden ist, oder über Script auf Server ausführen, dann auf dem Server berechnet werden, damit das halt laufen kann mit und ohne Plugin und eben auch mit FileMaker Go. Das MBS-Plugin hat eine zentrale Funktion oder einen Skriptschritt, um alle MBS-Funktionen aufzurufen. Weil ich kann ja keine 6000 Funktionen in den Berechendialog einfügen, das würde nicht funktionieren. Aber eine Funktion, die dann als Parameter den Funktionsnamen mitgibt und der kann dann eben auch aus einem Feld kommen oder aus einer Berechnung. Da kann man viele schöne indirekte Sachen machen, wo man zum Beispiel ein Pop-Up-Menü anzeigt mit den Funktionen und die dann direkt aufrufbar macht durch den Benutzer. Fehler kann man prüfen mit der IsError-Funktion. Das ist ein Flag, was für das, was gesetzt wird, wenn eine Funktion einen Fehler liefert. Und man kann natürlich auch die Fehlermeldung gucken in den Rückgaben, wo dann ein MBS-Präfix davor steht, wenn es eine Fehlermeldung ist. Viele Funktionen verwenden Referenznummern, das heißt es gibt Objekte, die im Arbeitsspeicher liegen und die man unter einer Nummer anspricht, damit man halt viele Aufrufe auf ein Objekt machen kann. Und zum Beispiel hätten wir da die JSON-Pass-Funktion, die einem eine Nummer liefert für das JSON-Objekt, was dann im Speicher liegt, dass man dann zum Beispiel an die JSON-Format-Funktion übergibt, um das formatiert auszugeben und dann mit JSON-Release das Objekt auch wieder freigibt. Dann unterstützen wir Apple Silicon. Wer also einen neuen Mac hat mit einem M1-Prozessor, kann das mit dem Plugin nativ direkt verwenden, seit der Version 11.2 und dem passenden FileMaker. Wir haben keine zwei Plugins gemacht, sondern weiterhin nur ein Plugin, wo halt der Intel und der ARM-Code in einer Datei liegen. Es gibt auch ein paar Funktionen dazu, zum Beispiel System-Info-is-ARM meldet 1, wenn das aktuelle Programm auf ARM-Code läuft oder halt 0, wenn nicht. Dann haben wir noch die isTranslated-Funktion, die einem meldet, ob das aktuelle Programm ein Intel-Programm ist, was in der Emulation läuft. Und wenn man mit dem FileMaker iOS-SDK arbeitet, kann man noch mit der is-iOS-app-on-Mac-Funktion prüfen, ob das Programm aktuell auf einem Mac läuft. Und dann vielleicht ein, sagen wir mal, größeres Layout nehmen. Dann unterstützen wir Linux seit vielen Jahren. Und zwar die Linux-Version vom FileMaker-Server. Und dort auch alle Linux-Varianten. Also Ubuntu 18, Ubuntu 20, die ganzen Send-Offs-Versionen von davor. Und das alles in einer Datei. Und das war ein ganzes Stück Arbeit, dass das mit einer Datei funktioniert. Seit vielen Jahren unterstützen wir Track & Drop im MBS-Plugin. Das heißt, ihr könnt Dateien annehmen, die der Benutzer direkt vom Finder oder Explorer in euer Fenster zieht. Und wir unterstützen dabei eben auch Programme wie Outlook, wo man die Attachments ziehen kann, oder die Photos-Application beim Mac. Neu, letztes Jahr war die Funktion, um das ganze Fenster zu einem Ziel für den Prop zu machen. So, dass ihr da keinen Kasten mehr anbieten müsst, wo man draufzieht, sondern man kann einfach aufs ganze Fenster ziehen. Außerdem kann man jetzt auch selber Dateien zum Track anbieten. Das heißt, wenn man auf einen Datensatz geht, könnt ihr diese Datei in temporären Ordner legen, dann dem Plugin sagen, da liegt sie. Und dann kann der Benutzer diese Datei rausziehen und zum Beispiel auch in den Finder oder in eine E-Mail ziehen. Mit den Datadetektoren hat Apple ein nettes Framework geschaffen, um automatisch mit regulären Ausdrücken Sachen in Text zu finden. Dazu gehören Telefonnummern, E-Mail-Adressen, URLs, eine Postanschrift oder eine Flugnummer oder einfach sowas wie Datum und Uhrzeit. Das Programm Apple Mail oder das iMessage Programm verwenden das intern und ihr könnt halt dieselben Effekte mit dem Plugin hier erzielen, um Text halt zu parsen nach interessanten Sachen. Natürlich haben wir auch reguläre Ausdruckfunktionen für Windows und Linux, sodass ihr auch Cross-Plattform Sachen schreiben könnt, aber es ist natürlich schön, wenn man hier die Sachen von Apple wiederverwenden kann. Dann benutzen einige Leute ja internationale Bankverbindungen und die E-Bahn-Nummern können wir halt mit dem Plugin überprüfen, ob sie gültig sind. Wir können sie natürlich formatieren, die Prüfziffern berechnen und wir haben einige reguläre Ausdrücke, um die passenden E-Bahns von den einzelnen Ländern in einem Text zu finden. Das MBS-Plugin unterstützt da über 100 Länder in der Liste und wir haben natürlich für jedes Land auch noch eine Beispiel-E-Bahn. Seit vielen Jahren haben wir auch LibXL eingebunden, eine Library, um Excel-Dokumente zu lesen und zu schreiben und dort haben wir auch ein paar neue Tricks eingebaut. Nämlich man kann jetzt ganze Spalten kopieren oder ganze Zellen kopieren mit allen Formatierungen und allem, was da dran hängt, von einer Stelle in einem Sheet zu einer anderen Stelle. Wir haben auch Kopierfunktionen, die einem von einem Sheet in ein anderes kopieren lassen, sodass man also von einem Dokument zu einem anderen was kopieren kann. Wir haben auch eine Read-Value-Funktion, die einem halt den Wert aus einer Zelle wiedergibt. Da muss man also nicht vorher schauen, ob da Text oder Zahl drin ist, sondern man bekommt den Wert einfach zurück. Dann kann man Data Validation hinzufügen oder entfernen und also Excel überprüfen lassen, ob zum Beispiel ein Wert in einem bestimmten Bereich liegt. Dann kann man auch die Autofilter anschalten. Das heißt, wenn man sehr viele Datensätze exportiert, kann man direkt einen Filter anwenden, sodass der Excel-Benutzer, wenn er die Datei öffnet, dann die gefilterte Liste sieht und nicht alle Daten. Wir binden auch Dynapdf für FileMaker ein. Das ist eine Zusatzbibliothek, die man auch bei uns kaufen kann. Damit kann man natürlich PDF-Dokumente erzeugen, komplett ohne Layouts von FileMaker, per Skript. Man kann PDFs zusammenfügen, teilen, komprimieren, optimieren, verschlüsseln und entschlüsseln. Man kann den Inhalt extrahieren, also die Bilder und Texte. Man kann Formulare anlegen, auslesen oder befüllen. Und hier haben wir einen Screenshot, der einmal viele Beispiele auf einmal zeigt, die dann unter Mac, Windows, iOS oder Web direkt laufen und man so direkt sehen kann, was das Plugin so alles machen kann. Neu in Dynapdf ist zum Beispiel das Signieren von PDF-Dateien mit größeren Schlüsseln bis 4000 Bit in der Schlüssellänge. Dann haben wir Funktionen, um Text mit Stil direkt in Tabellen zu legen. Wenn man also mit Dynapdf eine Tabelle verwendet zum Layout auf der PDF-Seite, kann man da direkt den Text mit den Stilen von einem FileMaker-Feld übergeben. Dann hat das PDF-Optimieren noch ein paar neue Tricks gelernt, zum Beispiel das Konvertieren von Text nach Vektorgrafiken, sodass man den Text anschließend nicht mehr selektieren oder kopieren kann. Und man kann ein PDF nach CMYK umwandeln. Das heißt, alle Farbinformationen im PDF wird dann durch den entsprechenden Farbcode in CMYK umgewandelt. Und wenn man das Ganze unter dem iOS SDK verwendet, kann man jetzt auch Dynapdf dort verwenden. Wir bauen da regelmäßig neue Frameworks für iOS, sodass ihr da immer eine aktuelle Dynapdf-Version verwenden könnt. Und bei diesen ganzen Übergaben von Text mit Stil haben wir jetzt auch den doppelten Unterstrich drin, sodass wir jetzt da mehr Stile abdecken, die FileMaker so kennt. Falls ihr PDF-A in 2U oder 3U braucht, können wir das jetzt auch mit dem Plugin machen. Dann haben wir noch den dynamischen Seitenumbruch. Das heißt, ihr könnt dem MBS-Plugin einen langen Text übergeben, mit oder ohne Stilinformationen, und dann dem Plugin sagen, es soll das in ein bestimmtes Rechteck ausführen. Wie zum Beispiel hier auf dem Screenshot seht ihr das dreispaltig in der Ausgabe. Und man sagt dem Plugin dann halt, hier ist ein Rechteck für die erste Spalte, füll da mal den Text rein. Dann bekommt man einen Aufruf von dieser Expression, die man da angibt. Das ist also eine Berechnung, die entscheidet, wo es weitergeht. Und diese Berechnung kann dann eben diese zweite Spalte angeben und dem Dynapdf sagen, mach mal dort weiter. Und dann kriegt man den Aufruf, wenn die Spalte wieder voll ist. Und dann kann man natürlich die dritte Spalte anfangen. Und wenn die dritte Spalte an ist, kann man in der Berechnung natürlich auch Sachen mal wie eine neue Seite anlegen. Vielleicht eine Vorlage laden, noch ein Bild platzieren oder eine Überschrift. Und dann kann man da angeben, wo der Text auf der nächsten Seite weitergeht. Und so kann man binnen ein paar Sekunden 20 Seiten mit mehreren Spalten ausgeben und das alles im Skript einstellen. Dann haben wir ein neues Beispiel für Zugpferd, um halt Rechnungen mit XML eingebettet erzeugen zu können. Und das neue Beispiel baut auch das passende XML schon mal zusammen. Und man kann dann dieses XML einbetten in das PDF und damit halt eine Zugpferd- oder Factor X-Rechnung bauen. Dann haben wir allerlei zu SQL, besonders zum Verbinden zu anderen Datenbanken. Da unterstützen wir seit vielen Jahren diverse Datenbanken, wie zum Beispiel den Microsoft SQL Server oder Postgres, MySQL, MariaDB und wie sie alle heißen. Und ein paar Sachen haben wir dann neu gemacht. Und ich möchte nochmal betonen, das ist jetzt das Verbinden per Skript mit dem Plugin, SQL ausführen, Daten hin und her kopieren. Und das Ganze ist eine Alternative zu dem ESS in FileMaker. Wir haben neu für SQLite die Unicode-Bibliothek eingebunden. Dazu Erweiterungen zu JSON, MERS und Geopoly, die man dann in den SQL-Befehlen für SQLite verwenden kann, um da Berechnungen zu machen. Wir haben DAG-DB hinzugefügt als neuer Typ von Datenbank, den man jetzt mit dem MBS-Plugin auch ansprechen kann. Dann haben wir Funktionen für SSL, für MySQL und MariaDB eingebaut, damit das auch verschlüsselt funktioniert. Und das Handling von den dezimalen Zahlen haben wir verbessert, sodass also Kommazahlen aus dezimalen Spalten auch als Kommazahl ankommen, ohne dass die irgendwie als Double-Wert gerundet werden. Dann haben wir Funktionen für Listendialogen, die jetzt inzwischen auch eine Spaltenüberschrift haben können und ein Suchfeld, sodass man also seine Liste da filtern kann und das Auswählen eines Eintrags erleichtert. Und das wird natürlich gern genommen für so Picker-Dialoge, wo man halt zum Beispiel ein Land auswählt oder aus irgendeiner Tabelle die Datensätze anzeigt und dann gerade einen auswählt, den man dann in ein Feld tut, damit man dann eine Verknüpfung herstellt. Wir haben einiges an System-Info-Funktionen. Da gibt es ein paar neue Sachen, die man abfragen kann, zum Beispiel den Low-Power-Mode für Mac oder iOS, sodass man halt sich überlegen kann, wenn der Benutzer sagt, er will Strom sparen, da macht man vielleicht gewisse Sachen jetzt nicht. Dann haben wir diese iOS-App-on-Mac-Funktion, die einem sagt, ob die iOS-App jetzt auf Mac läuft, dass man dann vielleicht ein paar Sachen anders macht. Dann gibt es die Linux-System-Info-Funktion, die einem unter Linux halt sagt, wie viel CPU-Last man hat und wie viel Arbeitsspeichergrad benutzt ist, sodass man da vielleicht auch mal seine Skripte anpassen kann, wenn viel zu tun ist, vielleicht Sachen jetzt nicht zu machen. Dann haben wir Windows-Machine-Info und Windows-System-Info, die einem Sachen zur CPU melden. Dann haben wir die IS-Monterey-Funktion, die einem sagt, ob man unter MacOS 12 läuft oder neuer. Und dann natürlich noch die IS-Windows-11-Funktion, die einem sagt, ob das Windows 11 schon läuft. Dann haben wir seit vielen Jahren OCR im Plugin mit der Tesseract-Library Version 3 und das ist ein bisschen veraltet. Deswegen haben wir letztes Jahr umgestellt auf Tesseract 4. Das heißt, man kann mit der OCR-Load-Funktion die neue Bibliothek laden und das Ganze funktioniert dann am Server auch mit parallelen Skripten. Und mal schauen, vielleicht bauen wir diesen Sommer noch Tesseract 5 ein. Das ist nämlich auch jetzt ziemlich neu. Dann haben wir Barcodes im MBS-Plugin. Seit Jahren können wir diverse Barcodes erzeugen und da unterstützen wir über 80 Typen von Barcodes. Also wenn jemand was braucht mit einem Barcode, was exotisch ist, wie die australische Post, können wir das natürlich auch machen. Wir können auch Barcodes erkennen. Und wir haben da jetzt eine neue Barcodes-Scan-Funktion, die die Z-Bar-Bibliothek benutzt, die ein bisschen besser ist, um halt viele Barcodes auf einer Seite zu finden. Und die unterstützt diverse Barcodes, wie zum Beispiel hier QR-Codes oder die ERN. Und die kann man dann verwenden, um halt Barcodes in Dokumenten zu finden, die man zum Beispiel abfotografiert hat oder per Flatbed-Scanner eingescannt hat. Dann kann man eigene Funktionen in JavaScript definieren. Das heißt, wir haben zwei JavaScript-Engines im Angebot. Das eine wäre die Cross-Plattform-Version mit Ducktape. Und das andere wäre die JavaScript-Engine, die bei WebKit dabei ist, für Mac und iOS. Und die kann man beide verwenden, um natürlich JavaScript-Befehle auszuführen. Und das bringt einen mehr Geschwindigkeit bei diversen Sachen, wie zum Beispiel, wenn man mit vielen regulären Ausdrücken arbeitet, für die Verarbeitung von JSON in JavaScript oder für die Array-Funktionen. Wir haben da jetzt drei Funktionen für Custom Functions. Also JavaScript-CV ausgeschrieben ist die WebKit-Engine. JS.CV ist die Ducktape-Engine für Custom Functions. Und dann haben wir natürlich auch noch Custom Functions in FileMaker. Das ist hier auf der nächsten Folie. Da definieren wir halt in einer Datenbank Custom Functions für FileMaker, die wir dann in das Plugin laden und jederzeit mit dieser FM-CV-Funktion aufrufen können. Dann haben wir die Curl-Bibliothek, die wir seit vielen Jahren verwenden, um Up- und Downloads zu machen mit HTTP, FTP, SFTP. Und wir haben auch einiges für E-Mails zu senden und empfangen mit Attachments. Dann haben wir ein Video zu dem IMAP-Beispiel, das Ihnen zeigt, wie man E-Mails empfängt und auch anzeigt. Für AWS können wir die Anfragen signieren, zum Beispiel eben Amazon Web Services S3. Da haben wir ein paar Beispiele für den Up- und Download. Und wir können auch vorsignierte URLs erzeugen, die Sie dann zum Beispiel in einer E-Mail mitschicken. Und der Benutzer hat dann ein paar Tage Zeit, auf den Link zu klicken, um dann direkt aus Ihrem Container was runterzuladen. Und wir haben auch Funktionen für Open Authentication, die Sie vielleicht für den einen oder anderen Webservice verwenden können. Dann haben wir Funktionen rund um die Zwischenablage, insbesondere um die Zwischenablage zu verwenden, ohne dass ein Feld dafür auf einem Layout gebraucht wird. Sie können also jederzeit Text in die Zwischenablage lesen oder schreiben. Dann haben wir PDF-Funktionen, um halt einen PDF in die Zwischenablage zu setzen oder abzufragen. Wir haben neue Funktionen für Windows, vor allem für Text mit Stilen, sodass wir also bei Windows auch Text mit Stil, den wir aus FileMaker kriegen, direkt als RTF-Zwischenablage setzen oder auslesen können. Und dann können wir natürlich auch FileMaker-XML-Daten lesen und schreiben in die Zwischenablage. Und da haben wir jetzt neue Funktionen für Menüs und Menüsets. Dann verwendet FileMaker seit 19.3 den Edge-Browser für den WebViewer. Und wir haben natürlich die Plugin-Funktionen dafür auch aufgebaut, sodass wir jetzt direkt JavaScript auch mit Edge ausführen können. Und dann haben wir natürlich unsere Formularfunktionen, mit denen man Webformulare ausfüllen kann, nach Belieben und Abschicken. Und Sie können natürlich auch ein Screenshot machen, wenn Sie ein Bild von Ihrer Webseite brauchen. Sie können die Webseite drucken lassen, indem Sie den Drucker-Dialog aufrufen. Sie können HTML laden und damit direkt beliebigen Inhalt anzeigen und das HTML im Skriptteil zusammenzubauen. Das benutzen wir zum Beispiel gerne für unsere E-Mail-Vorschau. Und wir haben diese IsLoading-Funktion, die auch ganz nett ist, weil sie Ihnen erlaubt, ein Skript zu schreiben, was eine Webseite lädt und dann wartet, bis diese Webseite fertig geladen ist. Und wenn Sie die Entwickler-Tools anzeigen wollen, haben wir dafür auch eine Funktion. Sie können also dafür einen Button anbieten in Ihrer Lösung, der dann die Entwickler-Tools anzeigt, sodass Sie dann diese Webseite auch inspizieren können. Dann haben wir Funktionen rund um Word-Dokumente, die Sie mit dem MBS-Plugin lesen, ändern und schreiben können. Und da ist neu eine Contains-Funktion, die das ganze Dokument durchsucht, ob ein bestimmter Text vorhanden ist. Und dann können Sie mit der Substitute-Funktion diese Texte austauschen. Sie müssen also nicht mehr wie bisher diese Tags verwenden. Aber wenn Sie Tags verwenden, dann können Sie die natürlich jetzt auch auflisten. Das heißt, das Plugin durchsucht dann das ganze Word-Dokument nach der Liste dieser Tags, die da verwendet werden. Und wenn Sie das Word-Dokument speichern, muss das nicht in eine Datei gehen, weil das geht inzwischen auch direkt in einen Container. Dann haben wir zahlreiche Funktionen rund um Dateien. Dateien und Ordner, Bewegen, Kopieren, Löschen, Umbenennen. Da haben wir so ziemlich alles, was man mit Dateien machen kann. Aber neu jetzt auch Dateinamen-Erweiterungen ausblenden. Das heißt, wenn Sie eine Datei dem Benutzer auf den Schreibtisch legen, können Sie auch direkt angeben, dass diese Dateierweiterung nicht erscheinen soll im Finder. Dann können wir auch Sachen vom Time Machine Backup ausschließen, damit eben Time Machine nicht irgendwelche temporären Dateien backupt. Wenn Sie MP3- oder MP4-Dateien haben, haben wir jetzt eine Funktion, die Ihnen das Cover-Bild zurückgibt von der Musikdatei. Und mit Container-Read-Image-File können Sie diverse Bildformate lesen, die MacOS oder iOS lesen kann, aber FileMaker nicht. Und das ist zum Beispiel großartig, um diese Hive- oder Hike-Bilder vom iPhone zu konvertieren nach PNG. Dann hätten wir noch XML und JSON zum Formatieren und Einfärben. Und dort gibt es jetzt auch den Dark-Mode. Das heißt, Sie können sich überlegen, ob Sie das Farbschema für helle oder dunkle Umgebungen haben möchten und passend die Formatierung auswählen. Wenn Sie etwas mit Webhooks machen wollen, haben wir dafür jetzt auch Funktionen im MBS-Plugin. Wir lassen da einen kleinen Web-Server laufen, der Anfragen entgegennimmt von diversen Sachen, wie zum Beispiel ein Telefonsystem, eine Türklingel oder Ihr Git-Server, der Sie halt mit einem Web-Request benachrichtigt über ein Ereignis auf dem Server. Jemand hat die Klingel gedrückt zum Beispiel. Und das Plugin kann dann das entgegennehmen, kann ein Skript triggern und Sie können sich dann überlegen, was Sie machen möchten. Optional können Sie das Ganze mit SSL verschlüsseln, wenn Sie möchten. Das Plugin kann automatisch antworten oder Sie machen das im Skript selber, indem Sie dann halt die passende Antwort zusammenbauen. Das Ganze funktioniert mit FileMaker Pro, iOS und Server und es kann auch Anfragen ohne HTTP entgegennehmen, was wir zum Beispiel schon mal hatten bei medizinischen Geräten, die halt auch ihre Verbindung aufbauen, ein paar Daten schicken und das kann das Plugin auch annehmen und dann können Sie die Antwort genauso zusammenbauen, aber es muss halt nicht HTTP sein. Dann können wir im MBS-Plugin eigene Dialoge anzeigen und dort neu auch Textausrichtung, weil seit einigen MacOS-Versionen ist das ja per Default alles zentriert und manche Leute haben lieber links- oder rechtsbündig. Dann haben wir den Import von Fotos von Ihrer Digitalkamera unter Windows. Wir haben ja seit Jahren Funktionen für MacOS mit Image Capture und jetzt haben wir es auch für Windows, dass Sie also eine Kamera auswählen können. Sie können dann einen Dialog aufrufen, wo Sie die Bilder auswählen, die Sie importieren möchten und dann können Sie diese Bilder direkt in Ihre FileMaker-Lösung importieren und dort verwalten. Wenn Sie mit dem Plugin mal Fehler suchen, dann empfiehlt sich immer mal so ein Trace-Log, wo das Plugin halt alle Aufrufe mitschreibt und das ist jetzt auch mit Namen drin für die Parameter. Das macht natürlich die Fehlersuche leichter, weil man direkt sieht, ob man vielleicht den falschen Wert für einen Parameter übergibt. Damit das nicht immer schreibt, gibt es jetzt auch Pause und Resume. Das heißt, man kann das Trace auch mal anhalten für ein paar Skripte und dann später wieder aktivieren, wenn man das braucht. Jede MBS-Funktion kann ja einen Fehler zurückmelden, deswegen gibt es dieses IsError-Flag, das das Plugin dann setzt und mit der IsError-Funktion abgerufen wird. Wem das zu viel ist, kann natürlich auch mal für ein ganzes Skript das machen, indem man am Anfang vom Skript sagt ClearError, also Flag löschen und wenn dann eine von den Funktionen im Skript einen Fehler meldet, wird das Flag gesetzt und dann kann man mit HeadError am Ende abfragen, ob irgendein Plugin-Aufruf im Skript einen Fehler hatte und dann weiß man, dass man sich das vielleicht mal anschauen muss. Man kann diese Metadaten, die wir da haben, für das Trace auch abfragen, das heißt, Sie können abfragen, welche Parameter eine bestimmte Funktion hat und so auch eine dynamische Umgebung bauen, wo Sie halt Plugin-Aufrufe dynamisch zusammenbauen, je nachdem, was die für Parameter brauchen. Und Sie können abfragen, welche Plattform eine Funktion unterstützt, so dass Sie halt wissen, ob Sie einen Knopf anzeigen können oder nicht, weil es den vielleicht für Mac oder Windows nicht gibt. Das MBS-Plugin funktioniert ja auch mit dem FileMaker iOS SDK und da haben wir natürlich für iOS auch ein paar extra Sachen gemacht. Zum Beispiel kann der iOS-Simulator inzwischen auch unter Apple Silicon laufen, weil unser Plugin kommt für den Simulator eben jetzt mit Intel und ARM-Code. Dann haben wir Dynapdf auch für iOS kompiliert, immer mal wieder, neue Versionen und wir haben im MBS-Plugin Funktionalität für das Sharing-Panel. Das heißt, Sie können nicht nur wie ein FileMaker eine Datei dem Benutzer irgendwie verschicken lassen, sondern Sie können auch mehrere Dateien verschicken mit dem Plugin oder zum Beispiel ein Text und ein Bild als Nachricht verschicken über diese Funktionalität. Dann haben wir das Quick-Look Preview Panel, mit dem Sie eine Voransicht anzeigen können und dort können Sie jetzt auch die Markup-Tools aktivieren. Damit können Sie ein Bild- oder ein PDF-Dokument mit solchen Verzierungen versehen und das Ganze dann auch speichern und dann bekommen Sie einen Skriptaufruf vom Plugin, wo Sie dann das neue PDF wieder in das Containerfeld schreiben können. Das kann ganz nett sein, wenn dann Leute etwas hervorheben wollen in einem PDF und können das direkt in ihrer iOS-App machen. Dann können wir unter iOS auch Dialoge ein bisschen anpassen. Das heißt, wenn Sie halt so einen Dialog haben, der zum Beispiel fragt, ob Sie das aktuelle Skript abbrechen möchten, können Sie das ändern, dass er dann fragt, ob Sie den aktuellen Export abbrechen möchten. Sie können den Text ersetzen und das geht natürlich auf Deutsch. Seit Jahren haben wir die Erweiterung rund um die FileMaker-Entwicklungswerkzeuge. Zum Beispiel macht das MBS-Plugin ja die Skripte in Farbe und auch die Berechnungen, so mit Klammererkennung und diversen Hervorhebungen. Und neu ist da auch eine Funktion, um abzufragen, welche Custom Functions in der aktuellen FileMaker-Datenbank sind, so dass man sich ein Skript schreiben kann, was mehrere Datenbanken der Reihe nach öffnet und dann jeweils abfragt, welche Custom Functions sind in welcher Datei. Dann haben wir Optionen-Klick. Das heißt, das MBS-Plugin schaut, wenn man den Knopf drückt, ob man die Alt-Taste drückt und kann dann direkt in den Berechnungen-Dialog springen, so dass man da ein paar Klicks spart und das mögen viele Leute. Dann haben wir Erweiterungen für die Berechnungs-Dialoge. Da gibt es da unten rechts ein paar zusätzliche Knöpfe, um zum Beispiel den Syntax zu überprüfen von der aktuellen Funktion, die man da schreibt. Man kann aber auch ausführen im Kontext vom aktuellen Layout, was dahinter offen ist und wenn man möchte, auch die Tabellen vorkommen, ergänzen oder entfernen. In den Berechnungen selber kann das MBS-Plugin die MBS-Funktionsaufrufe direkt verlinken. Also in den Voreinstellungen können Sie da ein Hänkchen setzen, für Links zu erzeugen. Und dann wird dieser Text, Barcode Generate, hier zu einem Link. Wenn Sie den anklicken, kommen Sie direkt zur Dokumentation. Und gleichzeitig machen wir einen Tool-Tipp. Das heißt, wenn Sie die Maus da drüber halten, wird dieses kleine Fenster angezeigt, was Ihnen dann die Parameter auflistet, die diese Funktion entgegen nimmt. Das macht natürlich das Schreiben von Code-Phase nicht einfacher, weil Sie dann einen schnellen Blick auf die Parameter-Liste werfen können. Wir haben auch die Berechnungsdialoge erweitert für die Hole-Funktion. Sie können also Hole schreiben mit dem jeweiligen Selektor, was Sie da haben wollen. Und das Plugin macht daraus auch einen Link zur Klares-Hilfe, sodass Sie da direkt draufklicken können und können sehen, was da an Rückgabewerten kommt. Und das macht vielleicht dem einen oder anderen das Programmieren leichter. Dann können Sie eigene Funktionen in FileMaker anlegen. Und da haben wir Ihnen auch unsere Tools unten rechts dazu gebaut, sodass Sie den Syntax prüfen können und die Funktion ausführen können. Um die Parameter zu definieren, können Sie mit einem speziellen Kommentar mit drei Strichen die Variablen mit Werte belegen. Und dann können Sie diesen Aufruf machen, damit Sie immer ein paar Testfälle bereithalten und die direkt im Dialog aufrufen können. Das MBS-Plugin vervollständigt auch Variablen-Namen. Wenn Sie ein Skript tippen und in den Berechnungsdialog irgendwo ein Dollarzeichen eingeben, dann zeigen wir Ihnen die Liste aller Variablen, die wir in dem Skript finden, in den Zeilen da drüber. Und wir zeigen Ihnen auch die globalen Variablen an, die wir bisher gesehen haben. Wenn Sie lokale Variablen verwenden mit Sätze wahr und die haben ein Präfix wie Unterstrich oder Centzeichen oder Tilde, dann können wir Ihnen die natürlich auch anzeigen. Und das hilft Ihnen natürlich großartig mit den Variablen-Namen, weil Sie sich dann weniger oft vertippen. Außerdem haben wir das Auto vervollständigen von MBS-Funktionsnamen. Hier sehen Sie es zum Beispiel mal live. Wir tippen halt etwas ein, bekommen Vorschläge gezeigt. Und wenn wir dann den Funktionsnamen fertig haben, kriegen wir auch noch direkt Vorschläge gemacht für die Parameter, die man da übergeben kann. Und dann kann man in der Regel ja diese Parameter ersetzen durch die passende Variable. Beim Syntax-Einfärmen haben wir jetzt auch Wildcards, sodass wir beliebigen Text mit einer anderen Farbe einführen können und damit zum Beispiel so Sachen wie Debugging oder Depricated hervorheben können, sodass man das leichter findet, wenn man das Skript durchschaut. Dann haben wir das Sortieren von Skripten im Script-Workspace, sodass Sie die alphabetisch sortieren können und nicht mehr so lange nach Ihrem Skripten suchen. Und dann kann das Plugin in der Oberfläche von FileMaker die IDs anzeigen für Skripte, für Felder, für Tabellen, für Layouts, für Wertelisten. Und die ID ändert sich in der Regel nicht, aber der Name ändert sich vielleicht und Sie können natürlich mit passenden Plugin-Funktionen jederzeit die ID für einen Namen oder den Namen für eine ID abfragen. Wenn Sie den Debugger benutzen, kann das MBS-Plugin Ihnen Tooltips anzeigen, wo wir dann schauen, ob wir da einen Variablen- oder einen Feldnamen erkennen und den dann abfragen, ob es das gibt. Und Ihnen dann den Wert anzeigen und auch, ob dieser Wert eben ein Text, ein Datum oder eine Zahl ist. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie mal auf unsere Webseite, in die Dokumentation, den Blog oder die Videos. Melden Sie sich an für Newsletter oder eine 3-Lizenz auf der Webseite und wir haben auch ein schönes Video für die Installation zum Plugin. Ansonsten sage ich danke und ich hoffe, man sieht sich mal auf einer Konferenz. Vielen Dank. Vielen Dank.